Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Vielen Dank, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja, ich habe ein paar Autos gekauft, ähm, weil es ja in der letzten Folge nicht mehr ging, weil es ja abgestürzt ist, äh, aber schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist und ja, vielen Dank auch an die Leute, die das letzte Video gesehen und geschaut haben. Wir machen jetzt hier direkt natürlich weiter. Wo fahren wir denn eigentlich jetzt hin? Äh, wo fahren wir denn hin? Ach so, äh, ja, er und seine Autos, ja. Delement, machen wir weiter. Wir haben Waffen. Ne, warte mal. Ja, Entschuldigung. Äh, ja. Oh, die... Ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die übertragende Koordinatenfehler. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Mhm. 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 Die Physik der Autos, Mann. Mach mich fertig. Ich will dir helfen. Keine Schritte näher. Hey, beruhig dich. Weg von mir. Woher der Hand fährt. Oupsi. Was ist denn los, Brudi? Oupsi. 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 Ja. hehehe alles klar uha Uh-huh. Oh-huh. Bisschen eblig, ne? Ich dachte hier ist irgendein Event, achso, ja gut, aber anscheinend nicht. Gut, dann fangen wir dahin. Die schaffen das schon, die brauchen keine Hilfe. Uli, der fährt jetzt ja so schnell, Alter. Oh Gott, oh Gott. Warum geht man da nicht ins Radio, ne? Ja gut, ein Polizeiauto macht wenig Sinn, ne? Ja. Hey, wie? Hörst du mich? Laut und deutlich. Schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mache einen kleinen Wettbewerb. Diesen, Kreise und so. Also hier, in der Anlage. Naja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Stahn? Klar. Bin dabei. Wann? Naja, jetzt. Wir warten auf dich. Bis gleich. Mhm. Ich habe gerade keine Zeit. Wir müssen erstmal Delle mal kurz helfen. Das Auto fahren. Das macht mich fertig. Das macht mich richtig. Das macht mich richtig. Ich sehe mich mal offen. Mhm. 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 Ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu flühen. Hm? Was denn? Haus. Die Stadt. Die Hektik. Die Menschenmengen. Das ist verwaltend. Dann ab nach Hause. In die sichere Garage. Aber dafür müsste ich doch... fahren. Naja, ich fürchte schon. Okay. Bring mich bitte durch. Sag mir Bescheid, wenn ich in Sicherheit bin. Ist das im Ernst? Ich fahre langsam. Ich fahre bloß nichts an. Oh ho 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 ho. Entschuldigung. Wie soll ich n langsam fahren mit Maust und Tasse, du schlaue Berger. Geht entweder Vollgas oder gar nicht Streit nicht so Okay, okay, bootig Hallo, entweder ganz oder gar nicht Mein controller geht gerade nicht Mensch, wer stellt sich aber an, ne? Ja Jetzt zeigt er gar nichts mal? Okay Ja, ich rolle hier nur noch Ich muss aber immer ein bisschen Sprung geben Damit wir auch vorankommen Es bringt uns nichts jetzt hier zu warten Der Element Das war wieder zu schnell, okay Kurz vor zuhause War gar nicht so schlimm, hm? Ich würde gerne wissen was mit der Synchro los ist, weil Es redet gar nicht Ach man, das Spiel macht mich fertig Ich würde gerne mal inboxen Wo ist unser Auto? So Da ist es Oh, Alter, ich kann so... Alles klar? Oh, Alter, ich kann so... Ja Was ist denn hier überall los, Alter? Ich dachte, ich bin der Verrückte Wo kann man eigentlich hupen? Ja, Glück gehabt Das ist natürlich heute nicht so gut gelaufen Hat keiner gesehen Hat keiner gesehen Wenn wir zusammenarbeiten Sollte ich mich vorstellen Man nennt mich der Kapitan Und dich nennt man Wie? Wirklich Hast du schon gemacht? Wenn jemand mit etwas geschäftlichen zu mir kommt Kürle ich mich durch Gut, dass wir nicht zu dir gekommen sind Verstanden Hi, Icon Wo wir dabei sind Braust du eine neue Schlitte? Und und Nein, haben wir Echt ein guter Preis Echt ein guter Preis Echt ein guter Preis Der Leitmann dreht ja nicht mal mit uns, ne? Der wurde doch gerade hier irgendwo angezeigt Bist du hier, um mich zu erlösen? Ja Bist du hier, um mich zu erlösen? Ja Mhm Es gibt noch andere Auswege als Selbstmord Mhm Du kannst dich wieder dem Netzwerk anschließen Du weißt schon Wie einer glücklichen Familie Hör zu Selbstmord ist eine Einbahnstraße Es gibt immer einen besseren Ausweg Hey Ein Körper ist ein Körper Du existierst Denkst Und bist manchmal mies drauf Wir sind uns total ähnlich Jeder muss irgendwie auf sein Leben klarkommen, Dell Eine Radumdrehung nach der anderen Der Leitmann Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, hier ist das schön, da rede ich wieder und da ist das Headset gemütet. Ja, ich hatte, natürlich wollte ich den Element nicht umbringen, das war nur Spaß. Was ist denn hier los? Also, gehen wir mal gucken. Die Rede gar keine mehr. Ja, ich hab generell keinen Zaum. Hört euch das an? Steckt mich mal ab, bitte. Also, hört euch das machen, ihr hört ja nichts, so wie ich. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Rudi. Wir haben 48.000 dafür bekommen? Stimmt, jetzt ist es auch Regenzahn wieder da. Hm. Na ja, neuland hat auch schon einen Haufen. Da ist noch eine Taukarte. Ja. Ja. So. Wann ist es manchmal? Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe irgendwo in Ihrer Nähe Kontakt mit deinem Fahrzeug verlohen. Danke. Ich guck mal. Mhm. Hm. Hm. Da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Auf einer Skala von eins bis sechs. Hm. Wurde sagen, eine dicke sechs. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wohl verarbeitet. Und wir können mit dem Haupttest beginnen. Blum schon. Mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Tag. Da sind Sie. Der Test macht es eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Hm. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Okay. Mir reicht's. Sie wollten es so. Jetzt gibt es eine Überraschung. Überraschung in fünf. Vier. Und die Ausmacht. 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 Mh. Ey, dass wir nichts aushalten. Das ist doch nicht normal. Wie wäre der komplett rasiert? Ein Schuss in die Eier tot. Mh. Kannst du nichts machen. Okay, hier reicht's. Hallo? Warum, hi? Alter, ich raste aus. Das kann doch nicht so sein. Alter, das kann doch nicht sein. Ja. Okay, hier reicht's. Holy moly, Alter, wir kriegen einen Schuss ab und fallen auf den Boden. Okay, hier reicht's. Was soll ich sagen? Da kann man nur sagen, Sex in den Mund. Ja, genau so läuft das gerade. Wenn ich mir das jetzt nochmal geben muss, dann muss ich auch nicht... Ja, reicht's. Sie wollten es doof. Jetzt gibt eine Überraschung. Ach, wie geht's los? Meine Tatsache, du warst. Verspray den Gott in der Maschine. Seite 70. Okay, Tötungsmaschinen. Okay, ich stehe dahinter und kriege die ganze Zeit Schaden. Ich stehe dahinter und kriege die ganze Zeit Schaden. Jesus Maria Christus. Heiter mal. Bitte. Okay, hier reicht's. Hey, das gibt es nicht. Ich kriege von hinten Schaden. Das ist doch jetzt schon lächerlich, Alter. Das gibt's doch nicht. Halt deine Ver... Halt der Maul. Okay, hier reicht's. Ich will... ... Oh, das ist doch ... Sie gehen frei heim. jetzt kannst du nicht das ganze kann erzählen das kannst du keinen erzählen was wir hier seit einer minute seit zwei minuten durch machen und der hält seinen scheiß maul auch nicht so ja 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 Schalt dich ab, oder ich mach Altmetall aus dir. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ist es denn so furchtbar, zu Delamain zurückzugehen? Muss das sein? Ich hab sie nicht mehr gelassen, weil ich nicht mehr gering war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Genug. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Oh ja, Entschuldigung. Trauben Sie mir? Sie sind tot. Woher? Genug geredet. Ich gehe zurück. Okay. Mach das. Kontakt zu dem fehlenden Fahrzeug aufgenommen. Ähm. Delamain, das Auto ist kaputt. Das ist nicht so wild? Okay. Okay. Ich will nicht zu ihr. Alter, ich will die, die, ich wollte die Quest gerne weitermachen. Warum, äh, warum haben wir das andere? Wo ist die? Alter, ich raste aus. Alter. Na ja. Die Quest ist gescheitert, weil wir das Auto getötet haben. Jetzt muss ich hier jede durchklicken. Oder auch nicht. Da müssen wir noch mal neu laden. Weil ich wollte die Quest gerne zu Ende machen. Nein. Scheiße. Da. Oh Mann. Okay, der reicht. Ich bin hier. Sie wollten es so. Jetzt gibt eine Überraschung. Eine Überraschung 5. Mal sehen, ob die Ausfalle sind. Echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Ja. Okay, Tötungsmaschinen. Sie sind für uns. 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 Schalt dich ab, oder ich mach Altmetall aus dir. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Genre. Kontakt zu dem fehlenden Fahrzeug aufgenommen. Definitiv das seltsamste von denen. Ja, es ist außerordentlich umgezogen. Ein Anteil ihres Honorars wird überwiesen. So, jetzt ist aber Schluss. Folge zu Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.